Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Let's Play Deadpool 2. Ja, der verrückte Vogel. Niner, niner. Wird Zeit, dass wir mit ihm mal irgendwas Sinnvolles hier anstellen. Wir sind ja immer noch auf dem Weg zu diesem Medienmogul-Fuzzi oder was das sein soll. Der uns da seine Söldnerarmee auf den Hintern hetzt. Wow, wo geht's denn hier weiter? Das ist die Frage. Ja, das ist ein super Einstieg in eine Folge. Na, ich dachte, es gibt hier ein bisschen mehr Action. Na, ich weiß auf jeden Fall, dass da hinten so eine Leiter war. Ich schätze mal, im Zweifelsfall müssen wir einfach mal nach oben. Weißt du nicht, wohin es geht? Kletter nach oben. Auch so eine alte Videospielregel. Was? Kein nach oben kletter... Okay. Ah, Mann. Oh! Hey! Ich glaube, es geht los. Hm, sei doch nicht so kopflos, mein Freund. Oh! Hi! Glasscheiben! Oh, ah! Goll. Ja, er kommt um die Ecke. Oh, nasty slide. Chubby the five eye. Nasty slide. Hm, 20 Tacos. Mal schauen, was es gibt, wenn ich 100 hab. Ich würde ja theoretisch meine Waffen ein bisschen mehr einsetzen, aber sie sind einfach so schlimm. Die Schwerter sind einfach viele Wälder. Die Leute mir das tun. Tschüss. Hey! Ich komm jetzt mal rein. Genau, get me all your lunch money. Wir wollen natürlich die Goldmünzen nicht rumlegen lassen. Sorry fürs bisschen Backtracking. Da ging es doch so viel zu Backtracking. Na gut, dann halt nicht. 35.000, ihr wisst, wir wollen 50.000 noch unser nächstes Schwert-Upgrade uns leisten zu können. Also ganz ehrlich, an der Kameraführung könnten sie noch ein klein wenig arbeiten. Die ist teilweise ein bisschen dämlich. Sag mal. Das geht mir schon dezent auf die Nerven. Kannst du mal aufhören, wegzuwenden? Sollen wir nicht gewettet? Taco Time! So. Ja, ich bewege mich. Ob das glaubst du oder nicht? Warum kann ich eigentlich Tür nicht aufmachen? Das ist auch total gut. Kann ich da wenig durchhüpfen? Nein, kann ich auch nicht. Okay, dann laufen wir jetzt erst mal ein bisschen. Dann wird's gelala. Nee, nee, nee. Diesen Gegenstand hast du noch nicht erworben. Monition voll. Mein Gott, ihr könnt mir auch nur sagen, was ich nicht darf, ne? Serious Backup? Vielleicht hätte ich das denn schon mal vorher holen sollen. Du denkst, er schießt ganz schön rum hier. Okay, 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 ja gut. Warum nicht? Mach mal Lebenspunkte voll. Hopp. Wo sind deine tollen Regional-Zons-Fähigkeiten? Ja, das ist schön. Du hast mir mal eine Audition-Zons-Fähigkeiten und hast du nicht, Suck-Ass? Oh, nasty Slash. Ich sollte mir die Bye-Bye. Suck-Ach-Gravity. Suck-Ach-Gravity. Ja, das ist gut. Ja, das ist schon Gravity, ne? Du Blut sieht gut an meinen Wallen. Ich denke, ich werde es so halten. Was du denkst? Schmerz, oder? 30 Tacos. Ah! Ah! Oh, ich stehe wieder hinter der Ecke. So, guck mal noch mal. Schmerz, ich kann auch schießen. Schade, dass das Auto erfassen nicht so richtig funktioniert. Das wäre echt praktisch, wenn ich das tun würde. Tut's irgendwie nicht. Nein. Ich will meinen Taco. Dankeschön. 46.000 Punkte. Na ja. Du bist literally going to pay for what you did to my toilet. Kann das sein, dass das Momentum instant offelt? Das war fast so schön. Nein, sieh nicht. Ich könnte mir natürlich mal so eine Granate kaufen, hm? So kurz vorm Ziel. Ich werde mal früh genug bekommen, hm? So, woher gehen wir von hier? Nur eine Weg zu gehen. Up! Up, up we go! Boah! Ich kann mein Haus von hier sehen! Should we be playing with these things? Eh, der Designer würde sie nicht aufbauen, wenn sie mitgebracht waren, wenn sie mitgebracht waren. Good point. Oh, no. Dieses Aufschalter-Feature ist irgendwie... ...nah, nicht so hundertprozentig. Ich denke, ich könnte rein. Ja. No risk no fun. Außerdem hat sich hier schön Sachen versteckt. War ja irgendwie fast zu erwarten. So, ab nach oben geht's. Keine Schuss-Einlage. Was ist denn dieser Helikopter? Tschüss. Bittere Nervensäge. Oh, ja. Rein oder raus? Rüber oder glüber? Das ist doch die Frage. Noch mehr von dem Zeug. Ja, verkaufen wir uns. Kaufen wir uns mal die Verbesserung. 2500 haben wir noch. Das nächste wäre auf jeden Fall mal ne coole neuer Momentum-Move mit X, hm? Halte X für zusätzlichen Schaden. Hm. Määä. Who cares? Up, up we go! Up, up we go! Holy shit! What can I say? I was inspired! Shake, shake. What can I say? That was inspired. What the f- Fuuuuh. What the f- What the f- What the f- Meow. Meow-m sheriff. Hey. Hey! Schnappt ihr den Heli und dreht ein paar Runden? Glück, noch ne gute Idee? So rein, Türen. Schau mal. Uh, Tacos! Ich will Tacos! Tacos! Hm. Was sind das für Deppeln? Oh, schade. Ich hab gedacht, das Spiel... Bisher hat sich das mit dem Wachsinn im Spiel doch in Grenzen gehalten. Das sollte irgendwie doch mal nicht sein. Und müsste ich ins Spiel bewerten? Würde ich definitiv sagen. Ich hab' den verdammten Hubschrauber. Na los, sei keine Mämme. Hehehe. Ja, gleich, jetzt sei doch mal hier. Oh, kein Stress. Ich schaue, weil ich will. Oh Gott! Oh Gott! Hint jemand Tobaskus? Er ist doch mal ein amerikanischer YouTuber. Er hat mindestens genauso dämliche Sprüche drauf. Weil das sicherlich ein Kompliment für ihn wäre. Hallo. Was soll das denn? Die Frage ist doch, wie komme ich an dich ran? Warte mal kurz. Ich kriege dir die ganze Zeit angezeigt, dass ich neue Verbesserungen freigeschaltet hab. Was sind denn solche? Neue Feuerrate... Erhöhte Feuerrate wäre natürlich echt toll. Aber... Irgendwie... Haben wir auch nicht. Wow. Wow? Autsch. Dipschit. Autsch, Dipschit. Ich will ihn tot. Get Shark one off the ground and rip him to pieces. Roger, lad, Sir. We're using our manuals! Hey! Ah damn, they found our helicopters on Switch! What? You can't hijack a chopper while it flying around trying to turn you into shredded cheese? You doubt our skills? Prepare to be amazed. Catch! Mal kurz the Lebenspunkte regionalieren. Mhm. 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 Ich brauche Hilfe in der Pony! Ja, definitiv brauchst du das. Eine ganze Menge Hilfe brauchst du. Geistig. Hm... Goombas! Zwei dämliche Goombas. Wuh! Wuhu! Waaah! Alter! Hm... Ich dachte, ich kann ihm einen Schaden zu kriegen. Verängstigen! Den Helikopter verängstigen. Ha! Oh, da drüben hat's ne... Tausende Bobbelmarke. Alter! Das war knapp. Jetzt soll sich nicht versauen. Don't screw it! Uh! Wer lässt denn hier so praktisch Münzen oben liegen? Hey, da geht's ja wieder runter. Uh, schick. Was fäng ich nochmal? Zwei tausendes Stück. Ja, bin ich ja bald wieder voll, wenn ich so weitermache. Oh, hinten keine Münzen? Das wär doch das klassische Versteck für so ein paar Münzen gewesen. Das war ganz ehrlich. Haha! Hallo! Oh, 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 oh! Hm, das könnte man vielleicht mit nem Maus das aufspielen. Aber dafür sind die... ...dafür sind die... ...die, äh... ...Kampfeinlagen natürlich wahrscheinlich. Wahrscheinlich muss ich halt einfach... ...fangen mit dem an. Ich kann ja sagen, was man will. Ich bin ja eigentlich auch eher ein PC-Freund. Aber irgendwie so Action-Spiele, wo man rumtouren zum Campen und sowas... ...wuhh! Wir können das immer wiederholen. Wir können das immer wiederholen. Wir können das immer wiederholen. Und Schark-2 Air Force jetzt! Schark-2. 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 Rollen aus dem Himmel. Wir haben ein schlechtes Gefühl über das. Keep it steady, Dinkus. Jeez, ich kann fliehen besser als das. Hey, das macht mir eine Idee. Oh, warte. Hahaha! Hell yes! Hey, wir fliegen! We're fliegen! We're fliegen! We're fliegen! Well, es ist gut, dass du ein Diener hast. Diener? Ja. Delusions? NOOOOO! Hahaha! Haha! You know, was noch ist gut, dass du? Skills! Das wäre ein gutes Zeitpunkt, um ein paar Aufwärts zu kaufen. So kaufen Sie aufwärts. So Buy Upgrades! Mit 150.000! Ja, da könnten wir jetzt allerdings wirklich mal ein bisschen was raushauen. Gut zum Typen, aber nicht für hohe Kombos. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur mal in die Kombos schauen. Nein! Weißt du was? Dann kaufen wir jetzt hier die neuen Kombos. Was soll's? 100.000. Oh, wir haben noch 7.000 übrig. Ja! Hm. 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 2,5, hm? Ausrüstungsdepot. Oh, die Anzahl aller Wurfobjekte um 2. 3-Gememotionen für jede Waffe. Mhhh. Ich glaube, wir sind wieder ziemlich trocken. Wir können uns nicht mal das Feuerraten-Upgrade kaufen. Ich kann keine Waffe. Was ist das jetzt? Ich weiß auch nicht. Hm. Hm. Bisschen dämlich natürlich, dass wir uns jetzt die Gänge gekauft haben, weil für die haben wir noch irgendwie gar nichts freigeschaltet. Aber früher oder später werden wir das brauchen. Na, Kampfwaffenwechsel. Hm. Rechts, äh, Feuerwaffe. Unten, Gadgets. Ja, mach keine Gadgets. Ja, schön. So weiter. Du kannst vor dem Werfen eines Gadgets auch zielen, indem du eine rechte Taste gedrückt hättest. Ja. Okay, ja, wir verteid da schon eine ganze Menge. Aber ganz ehrlich, ich bleibe jetzt erstmal bei meinem Schleppern, vor allem nachdem ich jetzt neue Kombos da nicht freigeschaltet habe. Ich kann noch nicht teleportieren. Warum denn dich? Warum kannst du noch nicht teleportieren? Teleportier dich. Oder heil dich. Irgendwas, du Feigling. Aber wir hören uns über das WMX-Programm. Hier geht's. Hier geht's. Oh meine Schleppern. Ich hab mich gelegt. Ich hab mich gelegt. Er ist größer. Er ist größer als du, Schleppern als du. Und er hat eine Art Grund dafür, um zu essen zu essen, zu essen, zu essen. Er schweig zu essen? Das ist die Br montre? Oh, Papa. Look auf das Blöde an die Platt. Das ist die Platt. Ich weiß, ob wir überhaupt können die Platt. Nur eine Art Grunde. Hier ist mein Rückseite! Oh, wow, 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 wow! Wirklich? Gut zu wissen. So, ich finde die Kamera sollte sich nach dem Teleportieren mehr wieder auf den Gegner zu spüren, als sie ist momentan cool. Muss man sich unangenehm. Mäh! Oh! 35er Kombo. Das war vielleicht ein bisschen knapp wieder. Verrückter. Verrückter! Ey, ey, ey! Ich brauche eine größere Batterie. Ja, und das ist ein bisschen scheiße. Wenn die Kamera sich so assi verhält. Auch wenn das jetzt vielleicht nach einer Ausrede klingt, meiner Meinung nach, aber... Und der Controller vibriert irgendwie auch nicht. Oh! Ich brauche! Ich brauche dich, du willst. Ich brauche mich, deine Postle. Oh! Eh... Ich brauche dich, du musst den Ober- Das ist ein Bordel, um die Rockets zu schützen! Die Scheiße! Ja, ich komme zu dir! Oh, da er ist! Irgendwie fehlt mir echt ne Anzeige darüber, ob ich den Teleporter benutzen kann oder nicht. Das wäre wirklich ne sehr praktische Sache. Bro, ein Impfung. What the ffff? What the ffff? What the ffff? This panic room is impenetrable. Das stimmt nicht mit der Knarre von den Tupen. Das war auch wieder eher knapp. So, Kollege, komm mal her, vielleicht können wir hier mal wieder weg sein. Das kann ich jetzt weg sein. Warum verpasst der mir denn zur Zeit immer so heftige Schläge? Das ist doch total uncool. Ich mag das nicht. Toll. Das ist einfach Spaß. Das ist so blöd, wenn man dich nicht sieht, wenn du zuhauen willst, oder? Also, sorry, aber das ist ein bisschen ein arg dämlicher Kampf. Nein, wirst du mich? Ich schon. Das beginnt nämlich schon dezent zu nerven. Muss ich schon mal so sagen. Und die Kamerasteuerung ist ein schlechter Witzel. Weißt du, was für den jetzt gut wäre? Der Hammer wahrscheinlich. Nein, zwei Witzel. Er ist wenigstens mal wieder im roten Bereich. Das ist schon mal ein Anfang, oder? Das ist doch schon mal was. Auch wenn man das Ganze nur nach Standardmuster abhandeln kann, ne? Ah, jetzt ist er wieder in dem Mode, wo er mich wieder trifft, ohne dass ich was dagegen tun kann. Super Sache. Sowas mag man doch, ne? Oh. Richtig. Gut zu wissen. Hättest du's mir nicht gesagt, wär's mir nicht aufgefahren. So dämlich, wie sich der Teleporter überlegt. Ja, hau mich und schieß mir ne Rakete da nachher in den Kopf. Nein, Kollege. Ich find's nicht so geil, wenn du mich jetzt nochmal treffen würdest. Vielleicht muss ich dich noch einfach nachvollern. Das könnte genauso gut funktionieren. Ja. Mein Gott, ey. Oh Mann, was ist das? What the hell? Was geht denn jetzt gerade ab? Alter. Hau mal kurz auf. Ja, so. Ist jetzt wieder gut, ja? Du darfst dich jetzt wieder beruhigen. Jetzt darfst du wieder aufhören. Dankeschön. Hm. 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 Woher kommst du denn jetzt? Ich hab dich doch gerade eben umgeklatscht. Und eigentlich musst du doch hier... Genau. Vielleicht willst du ja ein bisschen spielen. Also der Vorteil ist, im Gegensatz zu dir kann ich mich theoretisch teleportieren. Theoretisch. Theoretisch. Hab ich gesagt. Oh verdammt. Was soll das denn? Oh man! What is this? Someone! Get up to the penthouse! And kill this asshole! Woah! That one went up good! Ooh, tackles! Tacko-rito! What ist denn? Oh yeah! You look like you need a beat! You look like you need a beat! Ha! Okay, das ist doch los. Okay, das ist doch los. Okay, weißt du was? Kann ich mich hier einfach stehen lassen und einfach durchlatschen? Ich hab langsam keinen Bock mehr auf dich. Nein, kann ich natürlich nicht. Mein Gott. Ha, 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 ha. This panic is impenetrable. Ach, wirklich? Schau an mich, wenn ich mit dir spreche! Ah! Ah! Hey! Ah! Ah! Hab ich den! Hey, maybe do it slower next time! Ah! 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 Gib mir nochmal die Problemlösung! Ah, ein paar Raketen kannst du doch bestimmt noch reindrücken! So, eine! Ah! Noch eine! Oder auch nicht! Okay, dann halt nur eine! Ah! Komm! Komm, Bubi. Endlich. Hm, ich auch. Es ist nicht mehr als 20 oz. Was? Ich liebe das System. Wie viel in Amerika? Ich würde sagen, wir haben 7 ... Dude, mach das, einfach mal. Just use all of it. Ja, das war super! Das war total! 20 oz. Das war ziemlich süß. Wie ist das für ein penetrable, a**hole? Ja. Ja. Ach, jetzt kommt der Mischung. Shoyuki! 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 Du bist verrückt! Nicht so verrückt, wie du denkst. Ähm, ich glaube, eine Hüpfburg hält das nicht auf. Das Flur. Ja, das war lustig! Ja, das war okay. Ja, das war okay. Aber es ist nicht so, dass wir ein Du-o-over bekommen. In der Hölle nicht! Es ist nicht so, dass wir einen. Da geht's! Da geht's! ка! Das ist doch das. Oh! Jetzt stimmt's! Peter, mein Mann! See all that? Ha ha, buttload of awesomeness. Deadpool, you idiot! Do you know how much money all those explosions and tacky graphics just cost me? You can't just change whatever you want Yeah, that's great, Peter. Talk to my dick. Hey, where are you a-holes going with my contract? Yeah, talk to my dick. Way to go. He got away. Give me some credit. Oh, I see. We let him get away, didn't we? Duh. Fun is in the chase. Now you're talking. Let's get him.